Oh, jetzt wird's spannend. 2 zu 2. 2 zu 2. Okay. Das wird spannend. Oh mein Gott. Hallöchen meine lieben Youngsters und herzlich willkommen zu einigen Runden 1v1 gegen GTA 1 Beats. Hallo, guten Tag, guten Tag. Und wir machen heute mal Best of 5. Und ich kann schon mal euch sagen, erwartet nicht zu viel von mir. Der Typ ist brutal. Also eigentlich bin ich ja nicht der Oberwurz im PvP, aber meine Leitung schaut etwas aus. Ja, sein Ping fickt einfach alles. Aber sonst, okay, komm, warte, warte. Nicht so schnell, ich komm hier nicht so lang. Ich hab, also, oh. Hä? 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 Okay, ich bin schon fast da. Okay, ich bin da. Okay, also, ich bin nämlich jetzt auch normal, mal vielleicht. Okay, ähm, welche Arena? Ähm, ich kenn mich hier nicht aus. Ähm, lass mal Arena, Arena. Also. Ähm, Arena, Arena. Okay, bin drin. Okay. Okay. So. Ähm, soll ich Shaker anlassen? Ähm. Also. Ich weiß nicht, ob das für PvP gut geeignet ist. Okay. 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 Ich hab den voll lighten, warte, warte kurz, ich will so kurz was einstellen, bitte nicht angreifen. Ich hab eh irgendwie keinen Minecraft-Sound, kleinen Moment. Ja, warte, ich mach das auch noch gerade, bis jetzt hab ich's zu laut. Okay, ich mach mal den Shader raus, sonst kann ich kein PvP spielen. Okay, ich bin bereit. Äh, warte kurz, weil mir das hat einfach keinen Minecraft-Sound. Äh. So, nehm ich auch mit allem auf, Flaps is on, okay, Audacity auch. Ich bin wieder mal scheisse leise, bei Audacity so wie immer. Ja, juckt mich nicht. Keine Ahnung warum ich, äh, keinen Minecraft-Sound habe. Hi. Boah. Aber ja. Okay. Können wir weitermachen. Ist glaub ich jetzt nicht so egal. Wär auch nicht die erste Aufnahme, die ich ohne Sound habe. LOL. Ich hab gerade einen Bug festgestellt, den ich vorher eigentlich nicht kannte und ich kenn eigentlich viel. Ach, shit. GG. Äh, warte, ähm, wo kann ich das einstellen? Steuerung, Massentilie, okay, soll. Hä, ich hab zwei Angeln. LOL. Okay, jetzt hat es die Angeln in ein Schwert verwandelt. What the fuck? Okay. Okay, also, Nikeshift ist gerade in der Schweiz, gerade etwas verbargt. Ja, nur ein bisschen. Wir kommen nicht auf Timolia ohne Lachs. Ohne Lachs? Ah, ne. Ach, shit. Aber, ähm, Ding. Internetprobleme, weil das irgendwie komisch. Okay. Sag mir nie wieso. Aber, ja. Und ich labere irgendwie zu viel Scheiße. Mach das sowieso immer. Ist man sich gewöhnt, wenn wir meine Videos schauen. Ohne, ich öffne einfach, wenn da ist, okay. Ist klar. GG. Hä, hab ich dich mit der Auge geschlagen? Äh, ne. Es war voll so hasse. Ich hab, das ist jetzt auch schwer. Hey. Ähm, das war leicht dumm. LOL. Das war, äh, besser für mich, du hast gewonnen. Also, gib dir fünf Runden. Und du hast, äh, die, äh, du hast, glaub ich, vier oder, drei oder vier. Noch ne Runde, noch ne Runde. Okay, noch ne Runde. War das Glück. Ähm. Ähm. Tropic, die hat mir gut gefunden. Okay. Okay, ich muss gut schauen. Ja, weil drei Minuten, das ist jetzt nicht das längste wie dir. Ja, das ist nicht das längste. Okay. Und vor allem, weil ich keinen Minecraft-Sound habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich dich manchmal treffe oder nicht. Doch, doch, du hast mich getroffen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Gib. Okay. Nein. Oh, jetzt treffe ich. Ja. Nein. Nein. Scheiße. Hey, willst du sagen, nein? Ja, hab ich mir auch gerade gefragt. Boah, läuft mir. Auf jeden Fall, es ist ne übel epische Aufnahme, weil, äh, ohne Minecraft-Sound und so, ne? Ja, aber was weiß ich denn, ja? Au! Aaaaah! Aber was hat mir das gemacht? Äh, stimmt, äh, für meine Zuschauer, ich hab jetzt endlich das, äh, Mischpult bekommen und angeschlossen. Und das heißt, äh, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wieso der Sound ist. Von der Aufnahme. Und, äh, ja. Schreibt hässlich. Schreibt hässlich. Schreibt wunderschön. Ich krieg ne Latte. Scheiße, nein! Oh, nein! Alter, eins, komm mal! Fuuuuh, naja, gg. War cool. War richtig nice. Aber, ah. Ja. Okay. Also, würde ich sagen... Nochmal? Okay. Ja, okay. Also, nee, ist egal, sonst können wir auch eine Rückrunde bei dir machen. Ja, komm, lass, 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 das ist nicht so ne, äh, komische Map mit, äh, mit Lian und so, wo man hängenbleibt. Also, ja. Und ich mag irgendwie, irgendwie. Ist irgendwie noch ein guter Server. Äh, übrigens, der Rod MC, auf welchem wir spielen. Wahrscheinlich kennt das nicht mal einer von euch. Jetzt ist mein Vater reingekommen. Er hat was nicht mitbekommen, aber... Okay. Okay. Nein. Nein. Oh mein Gott. Lol. GG. Häh, häh. Häh! Häh, häh! GG, 0,0 Ads. Okay, okay. Also, du hattest auf jeden Fall 3,4 Ads wie ich, aber irgendwie so gibt es dann nicht Gleichstand. Ich weiß nicht. Ja, beide haben sie keine... Oh, warte, ich hab das nicht geändert. Ups. Oh, ups. Oh, ups Oh ne, ah Was mach ich denn? Was mach ich denn für ein Scheiß? Nein, was mach ich? Ja, du hasst mich, du hasst mich sowas von Ja, GG Okay, aber du hattest mich vorher auch gut in der Kombo Hm Die Rückkombo Hab es gerade voll ein bisschen, äh Gebo-spapped Ich vergesse das immer zu ändern Boah Weil ich kann so nicht, nicht spielen Auf welchen Slot spielst du mit dem Schwert? Äh, eins Scheiße, ich hab jetzt schon keine Pfeile mehr Ey, du kriegst nicht Nein, wo bist du? Da Ja, GG 0,2 Was? Juck mich nicht Juck mich nicht Juck mich echt nicht Juck mich am Arsch Na, shit Er, er haltet genau da, wo ich denke, er rennt hin, ne? Äh, äh Jetzt töte ich dich einmal mit ihm ein Ex Mann! Au! Ne Dalln, Dalln, Dalln Dalln, Dalln, Dalln Shit, ja, GG Oh, jetzt wird's spannend 2 zu 2 2 zu 2, ja Okay Das wird spannend Oh mein Gott Alter Nice Juck mich 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 Bugs bei mir ein bisschen in den Bogen Äh, Bogen, ja Ja, du schweißt bei mir in der Luft Du kannst knapp über dem Boden Nein Ey jetzt geht's eigentlich wieder Gott, ja, du hast mich Juck mich Juck 9,3, ey, yo, Habe ich dir viel gezogen Ja, jeder Okay Dann würde ich sagen Das war's jetzt auch Das war's jetzt auch wirklich? Ja Weil, sonst, ja Doch kurz Uproderation Okay Ich kann's nicht gut, das wäre macht, oder? Okay Okay, also wenn euch die Folge gut gefallen hat, dann bewertet ein paar positiv, lasst einen Kommentar da und guckt mal bei Joel vorbei und lasst bei ihm mal so einen Daumen nach oben, ein Abo oder vielleicht auch einen Kommentar da und dann würde ich sagen, sehen wir das nächste Mal. Bis dahin, bleibt da, Youngster. Tschüss. Tschüss.